Für sehr gute Stimmung sorgte am Donnerstagabend die italienische Queen-Tribute-Band Queen Mania im Uppenbürener Bürgerhaus. Die Mitglieder der 2006 gegründeten Band ließen an diesem Abend die Legende wieder aufleben. Besondere Höhepunkte waren die beiden Auftritte der Sängerin Susanne Wima mit der Ballade Who Wants To Live Forever und dem Duett Barcelona. Die Sängerin begleitet die Band bei ihren Deutschlandauftritten. Warum sich die Musiker dazu entschieden haben Queen zu covern, verrieten sie uns nach ihrem Auftritt. Und was unterscheidet Queen Mania von anderen Tribute-Bands? Ich denke, dass es viele von Queen-Tributen sehr gut ist, aber wir legenen unsere passion in jede Song und versuchen zu spielen in dem gleichen Stil wie Queen war. Weil wir, wenn wir jung waren, waren wir wirklich Fans von Queen. Also, wir respektieren viel das Original. Und wir haben auch eine Show mit Video-Tribute. Also, das ist eine wichtige Unterschiede. Und die wichtigste Unterschiede ist Sony, natürlich. Wir sind ein guter Liedern. Und trynere, meine Jake und den Gesichtern. Wir sehen euch ein paar Gesichter. Und wir schauen uns an das Gesichter. Nice-Geharn. Wie Marobald. Sie sind wirklich nahe der Original. Vielen Dank.